Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Arammeln. Dabei ist der Nico mit seinem lustigen neuen Namen da, der auch nicht viel besser ist. Hallo Nico. Das werde ich jedes Mal erwähnen, wenn wir hier eine Runde starten. So, und wir spielen Shen, 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 Shen. Was hat das Gegnerteam so zu bieten? Finde ich gut. Das Gegnerteam ist sehr bunt gemischt. Good job, good job. Da fängt er schon wieder an zu trollen. Ja, der Nico, gucken wir an. Ich kann mir noch einen Heiltrank mitnehmen. Geil. Wie der Nico tanzen kann. So. Zack, 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 zack. Das ist ja wieder mal eine super Runde, habe ich so das Gefühl. Ja, es läuft jetzt schon super. Ja. Guck mal, Nico, du sollst einen Panther machen. Hoppala. Das war jetzt irgendwie, ich spiele ja Shen. War mir dann auch aufgefallen. Ach, schon wieder so ein Bart? Das ist ja frech. Können die mal aufhören, mich alle zu attackieren? Obwohl, nee, warte, ich bin ja Tank. Ah, da war ja was. Oh, nein. What? What, what, what? Die haben Welger? Ja, die haben einen Welger. Ich habe keinen. Nein. Ah. Oh, weia. Irgendwas ist mir da, der Urgott ist mir gerade so arschknapp entkommen. Frechheit. Oh, nö. Bante. Was machst du? Oh. Ich wollte ihn auch mal fragen, was hast du gemacht? Ich versuche ihn. Ja, versucht es wenigstens, ne? Ah, es sieht gerade irgendwie nicht so rosig aus, habe ich so das Gefühl. Oh, Poros. Tching. Tching. Tching, 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 tching. Tching. Die gehen aber auch alle einfach übelst lieb, ey. Ach, Mist. Ja, jetzt waren sie einmal drin, da wollte ich mit. Ah, zwei Kills. Für einen Tod. Oder auch nicht. Eigentlich eher weniger. Mehr oder weniger, sagt man in so einem Fall immer. Und dann doch eher mehr als weniger. Also, Tod, meine ich. Wobei, kann man Tod steigern? Ist das nicht was Absolutes? Tod, Tod, Töter am tötesten? Hm. Blind, Blinder am blindesten. Ich glaube, das ging. Oh, die haben schon Ultis. Das ist ja schön. Mehr oder minder. So. Terminiert. Oh, jetzt habe ich Blödsinn geskillt. Egal. Okay. Ja. Ich will sowieso Blödsinn von daher. Da ist ein Dicker im Busch. Muss er aufpassen. Der ist Dick und der ist im Busch. Sie haben hässlich vergessen. Sie haben hässlich vergessen. Hey. Hey, 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 hey. Sie haben Fett. Warte jetzt. Dick. Fett. Dick ist das freundliche Fett. Ja. Bubbelig ist das dicke für Arme. Ja. Bubbelig ist auch so ein bisschen knuffig. Weißt du, das geht schon klar. Ja, deswegen gesagt, ich bin auch schwabbelig. Achso. Ja. Ja, das ist weniger knuffig. Ich habe überriechen. Habt Angst vor dem Busch. Aber. Hey. Hey, 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 hey. So. Ich will jetzt auch mal meine Ulti. Also ich habe meine. Ich hätte eigentlich den Schneewein mitnehmen sollen. Achtung. Ja, das denke ich mir aber auch gerade so. Ja, das war ganz gut. Der Bart meinte es schlau zu sein, indem er dahinter springt. Die Ratte kam raus und ich habe die Ratte einfach mal getortet. Ja, da kamen auch vier Stück mit. Das hat er auf jeden Fall gesessen. Und ich habe mein Summonerspill nicht mehr eingesetzt. Ich habe noch den Igniter. Ich habe noch mal weiter. Oh, das war aber ein toller Schuss, Bart. Schon wieder gesessen hat. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Ja, unverwundbar. Nup. Oh, oh. Was hat mich denn da festgesetzt? Was kann mich denn da festsetzen von denen? Äh, Vega kann ich hier abstunten. Ja, mit seinem... Aber das war ja schon durch. Meine ich. Ich meine das. Das könnte sein, dass die die angesetzt war. Aber nicht durchkam. Ja, stimmt. Sie kamen ja vielleicht nicht durch. Das kann sein. Weiß ich nicht. Ich habe es nicht gesehen. Na, Panther. Alles cool. Am zweiten Tau lässt es sich gut. Am zweiten Tau lässt es sich einfach toll AFK sein. Ja. Wir haben wieder so absolute Helden hier. Aber hey, immerhin spielt der Bart für uns mit, ne? Ah, finde ich nett, ne? Ja. So. Oh, da ist ne Kale. Okay. Oh. Das ist mein Busch. Get in da. So. Komm schon. Komm schon. So, jetzt habe ich so. Blöde Ratte. Wird gerade sagen, jetzt wird es aber langsamer Zeit. Ja, du wirst ewig keine Energie gekriegt. Oh, das ist auch ein toller Sprung, Pantheon. Der hat sich richtig gelohnt. Nein. Nein. Wie? Warum nicht? Oh, der Tower passt da ganz gut hin. Das ist aber schön von der Kale, dass sie mich angreift und dann von dem Asia Tower gehittet wird. Da ist ja ein Bart. Wo kommt der denn? Äh, der hat sich von der Base bis hat er einen Tunnel gebaut. Das ist ja flech von dem. Ja. Das ist fieser Halunke. So, ein fieser Lümmel. Mein Halunke. Oh, oh. Da. Jo. Da. Aber ich habe meine Ulti noch eingesetzt auf den Swain. Das war es wert. Äh, nein. Nein, an der Stelle tatsächlich. Ich habe zu spät gesehen, dass der keinen Mana mehr hatte. Tudum. Oh. Oh. Reicht nicht. Jo, mach mal einen Tower kaputt. Ich brauche Gold. Da haben wir einen Ort an, wenn er in unser fällt. Nee, eine andere Wahlweise. Ja, aber für den zweiten müssen wir auch erst den ersten töten. Aber wir haben doch den einen schon kaputt. Ja, ich rede ja auch von unseren Towern. Ach so. Der redet ja bitte schon von deren. Ach so. Jetzt merke ich das auch. Boah, bist du schlau. Gustav, Gustav. Ich hätte den Schneewein mitnehmen sollen. Ja, das denke ich mir auch. Ich denke, als ihr das meint. Wow. Ich wollte gerade sagen, als wenn der Urgott oder Gott überlebt. Nee. Wo wolltest du ihn jetzt? Ja, ich wollte eigentlich meine Ulti einsetzen. Aber irgendwie... Jede Situation, wo ich mir denke, yo. Äh. Hatte ihr? Hatte ihr? Meine Ulti ist gar nicht ready. Stell ich gerade fest. Mit entsetzen. Die wird mir zwar als ready angezeigt. Ist es aber nicht. Deine Ulti wird mir aber auch als ready angezeigt. Ja, ich kann die aber nicht einsetzen. Ich habe jetzt dreimal schon probiert hier auf irgendwas... Irgendwas... Nee, geht nicht. Oh. Bin unterwegs bei euch. Sehr gut. Da war es um mich schon leider geschehen. So. Hm. Ist jetzt doof mit der Ulti. Das nervt mich ein bisschen. Weil eigentlich mag ich meine Ulti einsetzen, wenn sie angezeigt wird, dass die ready ist. Ach nee, warum das denn? Ja, weil ich habe mich schon gewundert. Weil ich hatte ja den Swain das Schild gegeben, kurz bevor ich gestorben war. Ja. Und jetzt wirkt das irgendwie nicht. Oder was? Oder wie? Oder wie? Oder wie? Oder wie? Ja, und... Er entschuldigt sich wenigstens. Und der Nico sagt, kein Problem. Ist am Anfang noch voll Flame. Und dann, kein Problem. Ja, wenn man weiß, warum, ne? Kann auch sein, dass es einfach so ein Huhrensohn ist, der sich denkt, da ne, ich habe kein trabajum. Äh, der ist einfach nicht mehr Huhrensohn. Ja, sagst du? Ja. meine ulti kommt einfach nicht raus ich habe es jetzt alleine jetzt dreimal probiert und jetzt habe ich doch gerade und genau das ist das problem ja dann hau ich gleich hier weiter draussen, ist mir auch egal moi Ulti ja watt denn, ja wie denn von wem denn ja, aber den nächstes habe ich doch geholt äh, nächstes, Leute, den Indi wieder ja, eiskalt den nächstes geholt hast du vielleicht auch irgendwo dein, äh, dein Ulti Smartcast oder so ausgemacht wenn du mit Smartcast gehst nö oh, jetzt geht's jetzt ist aber egal ja, dieser Slow Clap im Hintergrund jetzt bräuchte sie egal ich bin so stolz auf dich das war toll ah, wildes Gift so oh, oh Gott, lass den Scheiß no, 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 no no, 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 no einfach nur die, 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 die ja, kein Ding so, und da bin ich wieder, um den Tag zu rechnen ah, okay dann gehst du doch mal den Tag ja, ja, ja ja, ganz easy zack ja, noch ein Heil-Ding so ein Heilfrosch ah, vier Leute, ich würde sagen, dann geh mal rein, oder? Pantheon will's am liebsten machen, also hast du dir richtig angesehen äh, äh 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 Pantheon Pantheon Pantheon, du, du verrückter da gehe ich nicht mit rein, da riecht es nachher dieschen das tut doch nicht nur, dass das Moped so laut ist hey, Kale hey, Kale so war doch gut oh merci beaucoup, mademoiselle homo, sprich deutsch also doch, madem also, madem ich mag nie mehr tinken kein Ding, ich mag das ja schon ähm nein blöde Ratte die blöde, blöde Ratte und der Panthe steht da hinten drin und macht Party die ähm muss ich wohl auch nochmal tief gehen das ist voll der Party Panther pöpö, Party Panther so, was hast du gegen die Ratte noch ein bisschen adeo? ah, die hatte True Damage True Damage das Hässliche ach, stirb Kale ja hast aber Glück, dass der Weger blöde Abklingzeiten hatte was ist das? hohohohohoho sagste oh, ich hab ne Ulti oh, ich hab ne Ulti ich bin gut BÄM ja, ich hab's versucht ich hab ne Ulti auf den Zwingen gemacht dadurch konnte der noch mal ordentlich Damage drücken bevor er gestorben ist ich glaube, damit hat er aber nicht ganz gerechnet glaub ich gar nicht oh nö das war ne doofe Idee tschüss oh nö das war ne doofe Idee ja kommt doch mal unter den Tower gelaufen, damit ich euch tornten kann ja ja, eulen frechen ihr nur diese frech doch hier ja, solche tun nicht Gute tun nichts Gutes ja tun sie auch nicht oh Sveyn ey, ich hab ne Urgart gefangen ok trotzdem Urgart gefangen wenn auch durch hui, das war lustig haben wir mal den, den hier kaputt auch ok ja, ne ah, die Kelly wollte jetzt noch mal alle haben ja zack, hier Tower kaputt gemacht eiskalt ja, easy ja, ne war voll einfach, also ja klar ich bin, da gleich mal selbst so ein Reinspringpantheon aus oder ein Asir, der zum ersten Mal Asir spielt also, pfff, kein Ding, das sind ja Profis guckt euch nicht die anderen Videos an, die wir gemacht haben aber, ne in diesem Sinne bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt Arame oder müssen wir uns anstrengen oh nö 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 ich jetzt du Vielen Dank.